Power-Spiel Power-Spiel Bauen Sie ein Spielfeld von ca. 30 x 15 m für ein 4 gegen 4 plus 2 Torhüter auf. Verwenden Sie als Spielfeldmarkierung große Hütchenteller und legen Sie auf jedem Hütchen einen Ball ab. Immer wenn ein Tor fällt oder der Ball in Seiten- oder Torausgespielt wird, passt das Team, das den Ball bekommen würde, schnell einen neuen Ball von einem der Hütchen ein. Dazu müssen die Spieler schnell umschalten, sich zügig auf eine neue Spielsituation einstellen und gut miteinander kommunizieren. Das Spiel läuft so lange, bis alle Bälle von den Hütchen runtergespielt wurden. Da diese Spielform sehr intensiv ist und alle Spieler in hohem Tempo ständig unterwegs sind, kann dieses Spiel ideal zum Training der fußballspezifischen Ausdauer verwendet werden. Da ein Durchgang in der Regel 4 bis 5 Minuten dauert, können Sie so in 4 Durchgängen mit je 2 Minuten Pausen ideal ein intensives Intervalltraining durchführen. Da 1960, bis 8 mundien bis 5 Minuten dauert, bis 5 Minuten dauert. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.